Ich würde euch gerne irgendwas erzählen, bin ich euch ehrlich, aber ich habe keinen Plan, worum das Video heute geht. Wir schauen heute den Prinzen, den Prinzen und das ist das Thumbnail plus den, plus der Titel. Ja, ich habe wirklich keine Ahnung, worum es geht. Ich habe nicht reingeschaut, ich habe nur so hier so vorgeskippt. Aber anscheinend geht es um, ey, mein Tipp ist Twitch. Hallo meine lieben Freunde, ich habe große Schmerzen, wenn ich euch gleich erzähle, was mir diesmal im Internet wieder über den Weg gelaufen ist. Denn es gibt einen neuen Trend, den ich wirklich problematisch finde. Der Prinz hat das erste Mal checkt, dass es Pornos gibt. Der mich tatsächlich auch überrascht hat, denn es hat mit M***theit auf YouTube zu tun. Und nach elf Jahren auf dieser Plattform habe ich alles gesehen. Aber sobald es in irgendeiner Weise was mit einem weiblichen Körper zu tun hat, ist es meistens vorbei. Leider geht dieses Thema aber noch tiefer als nur unter die Kleidung von Erwachsenen. Geil, geil, geil. Gehen wir mal rein. Prinz Puma, geh mal. Bei der Vorbereitung zu diesem Thema habe ich nichts gefunden. Weder im Internet... Habe ich eher cool... ...no, nicht mal auf TikTok. Und das hat mich erschreckt. Vielleicht ist dieser Trend sogar neu. Aber umso wichtiger ist es, dass wir jetzt schon mal darüber sprechen. Denn offensichtlich hat... Lass mich mal ganz kurz überlegen. Du kannst bei der Einstufung von YouTube-Videos... Warte mal, das probieren wir jetzt gleich. Das probieren wir jetzt gleich. Ich gehe kurz in mein YouTube-Studio. Ich zeige euch, was nämlich alles erlaubt ist und was nicht. Beziehungsweise... Naja, das wäre ja nur für Monetarisierungszwecke. Monetarisierung. Warte mal. Ich mache mal ganz kurz einen Test. Okay. Schau mal. Wenn du ein Video einstufst, kannst du dir verschiedene Sachen ausfüllen. Eine unangemessene Sprache. Dann hast du immer drei Optionen. Wenn ich das hier ankreuze, das kreuze ich eigentlich immer an, weil ich sage immer irgendwelche Wörter wie Fuck oder sowas. Und dann passt das. Aber wenn ich dann stärker vulgäre Sprache, dann ist es nicht mehr geeignet. Und noch stärker und dann ist es auch nicht geeignet. Ja, also solche Geschichten halt. Und dann gibt es Inhalte für Erwachsene. Romantische Szenen oder Küsse. Thematisierung von romantischen Beziehungen. Blablabla. Ohne Bezug auf Geschlechtsverkehr. Erkennbare Darstellung von Geschlechtsverkehr in der klassischen Kunst. Bild einer sexuellen Handlung. Oder im Thumbnail. Okay. Entblößte, minimal bedeckte sexuelle Körperteile oder vollständige Nacktheit. Nacktheit beim Stillen, ohne dass das Kind zu sehen ist. Sexuelle Handlungen. Okay. Ja, das wäre halt diese dritte Stufe. Das geht überhaupt nicht. Über, überhaupt nicht. Das geht gar nicht. Also monetarisieren könntest du es nicht, aber anscheinend darfst du es posten. Das kann ja gar nicht sein. Oder? Schon? Hat noch keiner richtig davon Notiz genommen. Leute, ich plaudere mal kurz aus dem Nähkästchen nach über einem Jahrzehnt auf dieser Plattform. Aber vorher. Ja, selbst dieser Kanal hier wird bald 10 Jahre alt. Damals wusste ich nur nicht, was ich mit dem anfangen soll. Wo wir dabei sind. Die meisten von euch folgen diesem Kanal nicht. Deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mal hier so ein kleines Abo dalassen würdet. Und die Glocke, die Glocke anhaut. Die Glocke. Die Glocke. Bei 200k. Nacktvideo. Würde ich mich freuen. Danke. Ja. Ich habe ja auf YouTube schon alles gesehen. Und damit meine ich auch Videos an dessen Ende. Ja. Menschen nicht mehr unter uns weilten. Und das drücke ich absichtlich so blümerant aus, weil YouTube extreme Richtlinien dafür hat, welcher Content werbefreundlich ist und welcher nicht. Wenn du ein YouTube Video zur Prüfung einreichst, musst du ganz genau angeben, was in diesem Video vorkommt. Ja. Was inhaltlich in irgendeiner Weise die Monetarisierung einschränken könnte. Sagen wir so. Der Rahmen, in dem du dich bei sexuellen Themen bewegen kannst, ist sehr, sehr eng. Beispiel. Ja, eben, eben, eben. Aber das ist halt auch voll oft Auslegungssache. Das pisst mich auch so an, wenn ich irgendein Video einstufe und ich stufe es Realtalk korrekt ein. Und dann kommt YouTube oder irgendein Mitarbeiter und, also kann ja mal vorkommen, dass der sich irgendwie vertut oder so. Und sagt dann, nee, das war falsch. Und ich schreibe ihm dann so zurück, so ja, dann schick mir bitte die Stelle oder sowas, die falsch ist und sowas. Und die machen das aber nicht. Also die machen das nicht, die sagen dann einfach, nee, passt nicht. Ich sage jetzt einfach mal, sex, sex, sex. Merkt er selber, ne? Er ist so eng, dass dieses Wort zensiert werden muss, wenn man auf Nummer sicher gehen will. Übrigens, auch wenn du nur darüber reden willst, wer sich zu welchem Geschlecht hingezogen fühlt. Ganz wild auf jeden Fall. Ja, also es kommt immer auf die Verfassung von deinem Kanal an. Mein Kanal ist gerade in einer relativ guten Verfassung, deswegen, also ich kann solche Wörter sagen, aber ich hatte auf dem Hauptkanal damals Probleme. Bruder, ich konnte im Videotitel konnte ich nicht mal das Wort TikTok reinschreiben, weil TikTok bringt da anscheinend automatisch in Verbindung mit irgendwelchen schlechten Sachen oder so. Also war instant gelb, wenn ich TikTok im Titel hatte. Wenn du eine Aubergine zeigst, kann es sein, dass dein Video für Monetarisierung direkt gesperrt wird. Oder wenn du in den ersten 30 Sekunden das Wort mit X sagst. Absoluter Kindergarten in vielen Fällen, aber es ist verständlich. Auf der Plattform sind offiziell ja Kinder ab 13 unterwegs und die musst du schützen, wenn es offen für alle sein soll, wie es eben nach wie vor ist. YouTube verhindert somit, dass man gezielt mit Nacktheit auf dieser Plattform Geld verdienen kann. Und das finde ich sehr, sehr notwendig. Ja, das funktioniert auch gut. Ansonsten, tja, keine Ahnung, wie YouTube ansonsten heute aussehen würde. Aber offensichtlich gibt es auf YouTube einen Schleichweg, über den sich Nacktheit ohne weiteres auf diese Plattform schleicht. Worüber ich spreche, sind sogenannte Try-On-Hauls. Also, dass man für ein Video sozusagen Kleidung präsentiert und wie man darin aussieht. Ja, ihr kennt diese Videos. No, no, der Knopf, oder? Der Knopf ist kurz gesprungen. Das eine oder andere Brust hat er unten, oder? Das wird mir schon schmecken, oder? Sie sind auch nicht unumstritten, schließlich wird dadurch ein ziemlich wenig nachhaltiger Lifestyle unterstützt. Diese Hauls gibt es oft in... Like, geil, ist unser Lifestyle... ...Millationen mit billigen Fast-Fashion-Marken, ja. Temu, überhaupt der Beispiel... Okay, was ist das Thumbnail dazu? Sieht man einfach nur ihre Nippel durch, oder ist das dann wirklich... Oder ist sie straight up einfach unbegleitet? Das ist die eigentliche Frage. Ich weiß sehr viel mit diesem Aspekt. Wie viel man für wie viel... Ich verstehe es aber, dass er auf Nummer sicher gehen will. Also, YouTube kann wirklich manchmal einfach richtig nervig sein und auf so Kleinigkeiten achten, wo du dir denkst, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber es muss sich dir mal Sinn ergeben. Wenig Geld dann in so einem einzigen Haul bekommen kann. Aber darum geht es nicht. Es geht eigentlich eher um das Gegenteil. Nämlich, wie wenig ist möglich. Und scheinbar ist es seit einer noch nicht allzu langen Zeit der Fall, dass Kanäle aus dem Boden schießen, auf denen Nacktheit funktioniert. Und damit meine ich Mit-Pillen oder anderen Körperregionen. Hä? Die... Es schaut aus wie, äh... Wie Pewis Beauty-Pillen. Ich meine, Woofer-Wir. Ich sag so implizit, dass es schon explizit ist. Denn die Kreatorinnen, die haben einen Schlupfwinkel gefunden. Sagt Hallo zu Bailey Eilish. Ja, der Name ist schon irgendwie cringe. Aber vielleicht ist das für den mittelalten Mann, den sie da targetet, genau der richtige Name. Der sich gerne mal auf Billy Eilish... Lassen wir das, lassen wir das. Es ist auch nicht einfach nur eine Vermutung. Es ist Fakt. Denn Bailey benutzt YouTube als Kanal für Kundengenerierung. Ohoho! Junge! 25.10. Das ist ja gerade eben erst hochgeladen worden. Ja gut, das ist hier... Also vor zwei... Vor zwei, äh... Monaten... Bailey Eilish. Okay, okay. Bailey Eilish. Red with gold tassels. Blue metallic fish scale. Blue metallic fish scale. Eine Waage? Für Fische? In blau metallic. Crazy, was die alles reviewen. Hier und da mal so ein Cardigan. Hier und da mal so ein Top. Dann auch einfach mal eine fucking Waage für Fische. Das ist crazy. Auf Onlyfans. Aber ja, zwei Millionen. Und ich denke, wir alle haben eine Ahnung, was genau... Ah ja! Ah ja! Ah ja! Ah ja ja! Oh, diese drei Emojis hier bedeuten. Ja, ich gehe auch gerne baden. Nee, das steht für die Fische, Alter. Das checkst du... Am Ende des sehr kurzen Videos verweist sie auch nochmal ganz konkret auf diesen Link. Und dass man ja mit ihren Kontakt kommen kann. Bailey präsentiert uns ja Pasties. Also Abdeckung für die Nippel, mit denen man ganz galant den ein oder anderen Filter umgehen kann. Klar, das Video monetarisieren. Also, dass sie direkt auf YouTube Geld verdient, das kann sie auf die Weise vermutlich trotzdem nicht. Aber durch die Darstellung ihrer Nippel hinter dem Vorwand, dass sie ja quasi eine Modepräsentation durchführt, ist das alles im Rahmen des Erlaubten. Und, ach, dass da im Hintergrund auch nur aus Versehen ein Spiegel zu sehen ist, in dem sie zu sehen ist, was für ein positiver Zufall für den Zuschauer. Also, es ist quasi das Gleiche wie auf Twitch jetzt gerade, nur dass sie auf Twitch auch direkt über Twitch Geld verdienen. Also, diese ganzen Leute, die halt auf OF Geld verdienen, kommen rüber auf andere Plattformen, weil es da diese Art von Content nicht gibt. Und, ich meine, Bruder, also zwei Millionen Aufrufe, da ist dann aber auch einfach YouTube selber schuld. Also, YouTube schaut sich meine Videos auch an, by the way. Also, jetzt vielleicht nicht jedes Zweitkanal-Video, weil so viel Zeit werden die auch nicht haben. Aber ich glaube, jedes Hauptkanal-Video, weil öfter mal kommt es vor, dass zum Beispiel mein Ruby-Frankie-Video, das war so eine Freche, Alter. Kaiser Ruby-Frankie. Okay, dieses Video, schlimmste Family-Bloggerin aller Zeiten vor Gericht, das war bis zu 200k Aufrufe ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr, war das monetarisiert. Und dann einfach nicht mehr. Daumen auch immer. Jo, der hat auch darauf reagiert, 20k Aufrufen. Wer ist das? Na, Spaß. Aber ihr wisst, was ich meine. So, die schauen sich die Videos im Nachhinein an und checken, ey, passt das eh so. Und ich denke, bei dem Video mit zwei Millionen Aufrufen, das hat irgendwer gesehen. Das Thumbnail verspricht dann auch noch vollmundig, was viele sicherlich gesucht haben. No bra. Und ihr wisst, Thumbnail ist auf YouTube king. So hat sie es schon mehrfach geschafft, eben mit Thumbnails, die sehr viel verspricht. Tasting in four cute Crop-Tops that you need to see. Crop-Top, Big-T-Shirt, Bailey, Rosie. Wieso heißt jetzt anders? ...Millionen von Views zu generieren. Aber Leute, jetzt wird es interessant. Dieses Video hier startet mit einem Disclaimer, der ganz konkret ihre Absichten verrät. Es geht hier nur um die Präsentation der Kleidung. Und die ist jetzt eben dummerweise... Alter, die Bewertung. Vor einem Tag 160k. ...transparent. Dass sie sich nicht einmal die Mühe gibt, so zu tun, als würde sie diese Absicht tatsächlich erfüllen. Und sie wieder auf ihre Fun-Socials verweist. You guessed it. Sie muss sich da halt nicht mal Mühe geben. Zwei Minuten sich selbst in einer Umkleidekabine filmen, reichen schon aus. Ich habe mal über Pretty Privilege auf meinem Hauptkanal gesprochen. Das solltet ihr euch unbedingt mal reinziehen. Aber das wirklich Erstaunliche ist, dass sie es... Und ich bin jetzt schon am Überlegen, ihr habt es erst Thumbnail gesehen. Von dem Video. Ja, die Leute auf YouTube und ihr habt es draufgeklickt. Ich wette mit euch, ich habe da irgendwas richtig fett zensieren müssen oder so. Damit ja nichts passiert. Währenddessen hier Algorithmus pusht ihre Videos auf 7 Millionen Klicks. Ja moin. Es auf diese Weise schafft, ein Video zu veröffentlichen, das 7,5 Millionen Views in einem Monat erreicht. In einem Monat. Und bei dem sie nichts zensieren muss. Gar nichts. Und dass man hier auch das sieht, ist bei einer Plattform aus dem Brüsten... Das ist ekelhaft, oder Frauen generell mit Brüsten vor allem. ...Rüden Amerika. Sehr überraschend. Und sie schafft es dadurch, YouTube als effizienten Sales Funnel für Onlyfans zu nutzen. Auf Instagram ist das ja nicht so einfach im Hinblick auf die Nudity... Und ich habe das für euch getestet. Und viele OF-Creator berichten davon, dass man Shadow-Band wird, wenn man auf OF verweist. Ich meine, solange sie das alles selbstbestimmt macht, good for her, I'm not here to judge. Das Problem ist noch, das ist... Ja, wird für die Plattform glaube ich auch Sinn machen, tatsächlich. Weil du möchtest ja, dass die Leute auf deiner Plattform bleiben. Und auf deiner Plattform im Best Case auch noch irgendein Geld, also Geld ausgeben oder irgendwie Geld dalassen. Oder halt einfach, dass die Traction nicht woanders hingeht. Und wenn du nur einen Account auf einer anderen Plattform hast, um für die ursprüngliche Plattform Währung zu machen, dann ist das halt irgendwie kontraproduktiv. Dieses Schlupfloch gibt und es eben extrem erfolgreich genutzt wird. Dabei geht es hier nicht um einzelne Creatorinnen. Es gibt viele. Und sie machen in kürzester Zeit große Reichweite auf dieser Plattform. Ja, wir sprechen gleich noch über weitere Beispiele. Aber Leute, ich muss euch jetzt mal ganz konkret was sagen. So, väterlicher Rat. Wer weiß, vielleicht ist auch ein Kind von mir unter euch. Tja, vergeudet eure Zeit nicht mit solchen Thirst Traps. Tja, vielleicht bin ich dein Papa. Jonas, blöd klappt. Haltet euch bewusst, dass ihr hier nur deswegen kleben bleibt, weil eure Triebe euch das kommandieren. Wenn man sich das nicht bewusst ist und halt einfach... Schau, das bist du, du Vollidiot. Deswegen, so schaust du für mich aus. Und weiter vor sich hin gaff, dann... Naja, verliert man am Ende vielleicht sehr viel Geld in einer parasozialen Beziehung. Falls ihr euch erinnert, ich hatte ja schon mal ein Gespräch mit einer sehr erfolgreichen OF-Kreatorin. Und sie hatte auch bestätigt, das Geld verdient man am Ende vor allen Dingen durch das Vorgaukeln einer persönlichen Beziehungsebene. Fall da nicht drauf rein. Ja, das ist so weird. Das ist so weird. Also, bei mir ist das nicht so crazy, aber hin und wieder mal gibt es halt Leute, die expecten von mir, dass ich irgendwie mir jetzt voll viel Zeit für ihr persönliches Anliegen nehme und so. Und dass ich mich dann drum kümmer und dass ich dann die ganze Beziehung hin und her schreibe und so. Ich verstehe es ja. Na, ich verstehe es ja. Weißt du, das ist sehr cool, wenn du dann mit einem YouTuber irgendwie chattest und sowas. Vor allem dann noch mit so einem wahnsinnig gutaussehenden, mit einem langen Cock tatsächlich wie mir. Spaß beiseite. Was soll ich jetzt sagen? Aber ich habe halt einfach nicht die Zeit dafür. Und wenn ich das halt bei jedem machen würde, weißt du, dann fliege ich da rum. Nein. Wenn ihr schon auf verbotene... Ja, stimmt. Ich wollte eine Steuererklärung machen. ...bewegt Bildinhalte scharf seid, gerade jetzt zu Weihnachten bei eurer Familie, dann schaut doch einfach mal ein paar Tage die alten Twilight Zone Staffeln. Das Problem ist nämlich, das geht nicht in Deutschland. Außer ihr nutzt CyberGhost VPN. Und das ist so ein... Oha, oha, oha. Das ist so eine... Ja, genau, genau, genau. Wenn ihr CyberGhost verwendet, dann werden automatisch diese Inhalte zensiert, by the way. Na, Spaß. Es gibt ganz kurz das Placement. Ui, jetzt gehen wir zum Juicy Part. So, Freunde, jetzt werden wir entmonetarisiert. Jetzt war es das mit der ganzen Geschichte. Ich schreibe dann später den dunklen Parabelgitter, ob das Video monetisiert ist oder nicht. Und dann kostet... Aber theoretisch müsste es das. Weil es klärt nur über eine Sache auf und zwar zensiert. Das ist nur 2 Euro und 3 Cent im Monat und 4 Monate bekommst du sogar umsonst. Außerdem hast du noch eine 45-Tage-Geld-zurück-Garantie. Aber wir sind hier noch lange nicht fertig mit Beispielen. Wir gehen jetzt richtig rein, Leute. So richtig in das Rabbit Hole. Eine weitere ist diese Dame hier. Ja, imagine... Na, den kann ich nicht bringen, oder? Imagine, er würde jetzt eine Creatorin zeigen, die sich Rabbit nennt. Bereits ihr zweites Video hat über eine Million Views. Der Kanal existiert noch nicht einmal sechs Wochen. Sie spricht tatsächlich ein bisschen über die Kleidungsstücke. Gebt dem Ganzen tatsächlich so eine Art Präsentations-Vibe. Der Clou an diesem Kanal ist, sie zeigt nicht nur transparente Oberteile, sondern auch Unterteile. Aber auch das ist ihr nur die Fassade. Auch sie verlinkt diesmal nicht direkt auf OF, sondern auf die Seite Fansly. Und sie hat da 1800 Follower. Jeder Follower bringt dir 10 Dollar im Monat... Auf entspannter, der knackige 20k jeden Monat. Minimum. Also wenn das ihre Main-Reichweite ist, dann ist... Ja, stimmt, Minimum. Hat die wahrscheinlich so mehrere Tears oder so. Das hat sie wahrscheinlich, keine Ahnung, 25k. Bistappert. Ganz ehrlich, ich würde es genauso machen. Ich würde es genauso machen. Wenn YouTube so dumm ist und das promotet, aber das auch... Ja, aber noch Steuern, no. Ui, dann sind es halt nur 12.000 Euro netto jeden einzelnen Monat. Ui, dann habe ich halt nur, keine Ahnung, 150.000 Euro in einem Jahr verdient. Der hat das ja gerade mal angefangen. Der hat das erst vor einem Monat gepostet. Vielleicht sind es nächsten Monat, keine Ahnung, doppelt so viele Abonnenten. Ist das schon ein guter Verdienst für sechs Wochen Arbeit. Dabei ist sie natürlich ein kleiner Fisch. Bayleys Followerzahl, die kann man zwar nicht einsehen, aber man sieht, dass ihre Fotos über 400.000 Likes haben. Eine Subscription kostet hier 25 Dollar pro Monat. Und es gibt noch sie hier. Und sie. Und sie. Und sie. Okay, ich denke, ihr habt den Punkt verstanden. In dieser Kategorie sind alles Fischwerker unterwegs, die damit auf die Pay-Plattform verweisen können. Und das ist nicht christlich genug für mich. Christian Moms against YouTube. Let's go. Start the movement. Ich habe mich mal noch weiter das Rabbit Hole heruntergearbeitet und habe entdeckt, Momentchen mal. Das hängt nicht mal nur mit der Präsentation von Kleidung zusammen, wo man das als Fashion-Content so ein bisschen verschleiern kann. Oder, naja, nicht so richtig verschleiern. Scheinbar ist transparente Kleidung generell ein Hack mit... Ja, Mann, geil, Alter. Ja, was geht ab Try-On-Hall neben mein... Ach so, die reinigt hier Badezimmer. Was geht ab Reinigungs-Hall. Ich zeige euch meine neuen Gummihandschuhe. Neben meinem Klo, Alter. Geil, bist deppert. Locker drei Millionen Aufrufe. ...der man durch den YouTube-Filter rutscht. So kann man hier sogar, ich sage mal, sehr weirde Kings bedienen. Ich meine, es ist schon eine sehr explizite Vorstellung. Ich stehe drauf, wenn man bei mir so richtig feucht durchgewischt wird. Jesus Maria, wie das schon ausschaut. Okay. Ja, super. Was hat die... Was? Was? Du hast hier... Nein, wo ist mein Chat hin? Ja, erst, bleib da. Du hast hier so eine Spule? Ist das so eine Spule, die du normalerweise so im Garten oder sowas hast? Ich habe jetzt so... Cleaning Kitchen. Okay. Ich habe sogar verstanden, dass es sogar eine Küche-Putzen-Meta auf YouTube gibt, die nicht kinky ist. Was? Es ist herrlich. Kommen wir aber nochmal zurück zu den verschiedenen Methoden, wie es work auf YouTube indirekt promotet wird. Das geht richtig krank weiter, Alter. Dachrinnen-Installation. Auf Sexwork angelehnt, ne? Dach... Ja, tatsächlich auch. Rasenmähen. Rasenmähen. Autoreifen wechseln. Solche Geschichten und sowas. Das ist verrückt, Alter. Was die zulassen... Des Weiteren bin ich über diesen taiwanesischen Kanal gestolpert. Sehr, sehr auffällig ist, dass wunderschöne Frauen scheinbar völlig random Tätigkeiten nachgehen. Wie etwa Verkehrsspiegel putzen. Oder dabei... Und ihr habt's klacht! Und ihr habt's klacht! Verkehrsspiegel putzen. Wer kommt auf die Scheißidee? Habt ihr gewusst, dass die richtig soft sind, diese Spiegel? Zumindest glaube ich, dass das euch mal bei Daily Dose of Winter... Den Ruhl herauszubringen. Die Themen auf diesem Kanal sind wirklich völlig random, beinhalten aber immer wieder zwei Konstanten. Sehr, sehr wenig bekleidete, sehr, sehr gut aussehende Frau. Exercising in Bras vs. Exercising without Bras. Alles klaro. Und der rennt da daneben, oder was? Wer von euch hat den Bra an und wer nicht? Junge, es ist so dämlich. Schau, was der da alles zensieren muss. Da ist ja nichts mehr übrig. Da ist nichts mehr übrig vom Thumbnail. Ich kann nicht mal erkennen. Oh ja, da ist... Weiß nicht, ist das ein Kopf? Maybe. Ja, und da sind zwei Füße. Schau das an. Naja, naja. Handmade Papaya Milk. Das ist so random. Es ist so unfassbar random. Das ist eigentlich das Geile dran. Skateboard. Das heißt einfach nur Skateboard. Und die Kleidung tragen, bei denen man permanent denkt, da rutscht was raus und vermutlich deswegen auch sehr gespannt konkret hinschaut. Und so einen Creepy-Typen in Schwarz. Und der nennt sich sehr unauffällig Black Man Cupid. Ja, Cupid wie Amor. You know? Die Frauen, die in seinen Videos auftreten, die haben scheinbar alle Accounts of Onlyfans oder ähnlichen Plattformen. Und es ist ja mittlerweile bekannt, es gibt diverse Reportagen zu dem Thema, dass es auch für Onlyfans Zuhälterei gibt. Also nicht nur Agenturen, die dich managen, sondern Zuhälter und Häuser, in denen Frauen das Geld erwirtschaften. Wie Girls sozusagen. Ich möchte das jetzt noch nicht bewerten, was genau das ist, was wir da gerade entdeckt haben. Aber sagen wir so, das Rabbit Hole ist hier noch sehr viel tiefer. Ich habe euch gerade erstmal meinen ersten kleinen Eindruck gezeigt, weil das alleine schon erstmal eine krasse Erkenntnis ist. Und, ähm, also, das würde jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen. Falls ihr Bock habt, dass ich mich damit mal auf meinem Hauptkanal auseinandersetzen soll und dann noch weiter in die Tiefe gehe, schreibt es mir gerne da unten. Ja, äh, wo unten? Ja, kannst gerne mal auf deinem Hauptkanal auch besprechen. Unten in die Kommentare. Tatsächlich will ich jetzt aber noch auf etwas anderes hinaus, das ich auch extrem verstörend finde und das ich euch zuerst erzählen wollte. Bei den Damen gerade haben wir es oft genug mit so einer absoluten Thirst-Trap zu tun, ja, wie die jungen Leute sagen. Nur man absichtlich auf... Wie alt ist denn der Parabelgitter? Parabelgitterpommel. Schreibt es mal rein, wie alt ist er wirklich? 33? Nein, ich sag 34,5. ...diese sexuelle Art und Weise angespielt wird, ja, das soll ein bisschen triggern und einen selber so ein bisschen horny machen. Wir haben entdeckt, dass YouTube für viele Sexworker jetzt ein sehr effizientes Werbetool geworden zu sein scheint. Wir haben gesehen, es gibt Kanäle, die sehen sehr selbstständig aus und es gibt Kanäle, die sehen nicht sehr selbstständig aus. Ich finde das in erster Linie im Hinblick auf das Minderjährige... 26 bis 28... Warte, ich google mal. Upsi, äh, google. Wie alt ist der dunkle Parabel... Ich wollte schon Parabel... 29! Ich hätte ihn jetzt wirklich älter geschätzt. Vor allem, nachdem er gesagt hat, äh, ja, wie die jungen Leute sagen, der Typ ist vier Jahre älter als ich. Halt die Tür zu. Sollte ich auch solche Hemden tragen? Vielleicht schaue ich dann auch älter aus, ne? Also jetzt nicht, dass er alt ausschaut oder sonst was, nur, äh, ich hätte ihn jetzt schon auf 30 geschätzt. Also nicht mal, nicht mal als Front oder so, ne? ...jährige Publikum. Ja, eben. Wie gesagt, sehr schwierig. Und wo wir gerade beim Stichwort minderjährig sind, kommen wir jetzt zu einer Siebtklässlerin. Denn während ich einfach nur überrascht von YouTubes offenkundigen Schlupfloch war und euch von dieser Skurrilität berichten wollte, ist mir nach wenigen Minuten ziemlich schlecht geworden. Ah, ist das auch wieder so ein Cleaning-Ding oder was? Was ist sieben? Wie alt ist man in der siebten Klasse? Das ist so komisch bei euch. Bei uns ist das viel, viel, naja, eigentlich ist das bei uns komisch. Bei uns sind die ersten vier Jahre, also Unterstufe, und dann beginnst du wieder in der ersten Klasse. Also die erste Klasse, Oberstufe quasi. Also für euch, die fünfte Klasse ist für uns die erste. Ich würde sagen, ziemlich schlecht. Denn direkt von diesen Videos... ...13 kommt man auf andere Try-On-Hauls weiter, und zwar Try-On-Hauls von Kindern. Und das Schlimmste ist, ich bin direkt von diesem Content zu diesem Content weitergeleitet worden. Und was das zu bedeuten hat, muss ich euch jetzt nicht erklären. Was seht ihr denn hier so? Genau, ein sehr junges Mädchen, Klasse 7 ungefähr, die ebenfalls Try-On-Hauls macht. Sieht an sich ja noch ganz zünftig aus. Bis man dann sowas hier sieht. Hier wird sie schon mächtig... Da fragt man sich dann auch wirklich, yo, wo sind die Eltern? Also nicht nur, wo sind die Eltern? Schau dir das an. Die dreht sich da ja noch extra so hin. Das ist ein Thumbnail, oder nicht? Das ist doch ein Thumbnail, Bruder. Also was du als YouTube in dem Fall einfach machen musst, sorry. Vielleicht ist es auch ihr Kanal, und vielleicht macht ihr das Spaß und so. Aber zu ihrer eigenen Sicherheit den Kanal einfach sperren. Kannst nichts anderes machen. Also das, du kannst ja als YouTube doch sagen, ja okay, keine Ahnung, wir erlauben es, dass wir solche Creatorinnen, die ihr OEF oder was auch immer bewerben, dass wir die da drauf haben und so. Und die dürfen halt nur kein Geld damit verdienen, weil es halt einfach gegen die Richtlinien ist. Aber Bruder, das ist halt einfach nur noch dämlich. Da gab es schon einmal einen, hinter der Kamera vielleicht habe ich mir auch gedacht, da gab es schon einmal einen Skandal so auf YouTube mit so, wie war das, wenn du quasi irgendwie Camera, Video, irgendwie sowas eingegeben hast. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber quasi so, wenn du mit dem Handy filmst und du lädst es straight auf YouTube hoch, dann hat das automatisch so einen Namen wie jetzt so Camera, Video, Eins. Weißt du, was ich meine? Und das haben dann Leute gesucht und da haben halt nur Kinder irgendwelche Videos hochgeladen, weil die haben keine Ahnung, wie man halt sowas einstellt und sowas. Und da hat dann YouTube, glaube ich, auch ihr, also ich denke mal, die haben da irgendwas dagegen unternommen, aber da gibt es immer wieder mal solche Nischen, die dann aufkommen und die so groß sind und die die ganzen pädophilen Leute einfach schon kennen. Und bis dahin ist es halt zu spät, weil die ganzen Videos werden halt gedownloadet oder die Bilder werden gespeichert und sowas und halt Bruder, die ist dann, ich weiß nicht wie alt die ist, 11, 12, 13, keine Ahnung. Dann ist die auch irgendwann mal 18, 19, 20 und das hat dann vielleicht eine Million Aufrufe oder sowas, keine Ahnung. Szene gesetzt, in Teilen sogar mit sexualisierten Posen und das ist einfach nur furchtbar. Und wenn es um Kinder geht, hört bei mir grundsätzlich der Spaß auf. Vielleicht ist das der Ex-Lehramtsstudent in mir und deswegen geht mir das nahe, wenn ich das sehe, wie kleine Mädchen hier ausgebeutet werden. Etwa wenn Mädels, die sogar jünger als 10 sind, seit Jahren bei diesen Little Miss Wahlen. Ja, das ist sowieso, okay, aber also in dem Fall, in dem Fall sage ich, okay, das sind dann 100% die Eltern, das sind dann fucking 95, 96, 97% sind das irgendwelche Eltern, die irgendwas kompensieren wollen, weil ihr Leben einfach scheiße ist. In den USA dazu. Jo, was geht ab? Du kennst du diese Videos, wo die dann weinen, wo die geschminkt werden und die weinen und sowas und die Mom dann so, ja, die mag das, die mag das, die hat nur gerade Stress und sowas. Ja, wahrscheinlich macht ihr das, oder wahrscheinlich, wie sie sich so anzieht und da präsentieren und gerade stehen und keine Ahnung. Vor allem die, Alter. Schaut euch die an, die hat nicht mal eine Ahnung, was die da macht. Die nimmt die Krone runter und glaubt wahrscheinlich, das ist irgendwie was zum Essen oder so. Pracht werden, quasi an diesen Schönheits- und Talentwettbewerben teilzunehmen. Die werden dann dazu gebracht, sich aufwendig zu schminken, schicke Kleidchen zu tragen und dann auch noch bewerten zu lassen, ja. Kleinkinder zum Teil zu Erwachsenen gestylt, ja. Hier mal ein paar Beispiele. Oder hier. Nicht nur ist es bedenklich, überhaupt ein solches Denken in Mädchen und jungen Frauen zu etablieren, also dass ihre äußere Erscheinung... Ja, 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 fix, ja. Ja, ja, safe. Die schauen aus wie so Cupcakes oder so. ...und das A und O sind. Vielmehr, es ist einfach verantwortungslos, von den Eltern ihre Kinder so in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Denn machen wir uns nichts vor, da draußen gibt es nicht nur Menschen, die Gutes im Schilde führen. Allein das ist schon schlimm genug. Allerdings gibt es hier ja noch die Hemmschwelle, dass jene potenziellen Predators sich persönlich zu den Events hinbegeben müssten. You know what? Ja, und ich glaube da, also ich glaube mal, da ist es jetzt auch nicht so verbreitet, aber da ist halt vor allem dieses... Bruder, du, 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 dein ganzes Kind ist einfach, also dein Kind ist dann einfach verstört, so. Yo, Schönheitswettbewerb mit drei Jahren, wahrscheinlich. Wirst du gezwungen, wirst da, wirst da, also wirst da hin mitgenommen und sowas. Und dann, wenn du keinen Preis gewinnst, dann ist die Mauer wahrscheinlich ultra pisst auf dich. Boah, dein Min, ich werde es jetzt nicht ausführen. Aber der Show-Off, der ist ja mittlerweile in den sozialen Medien angekommen. Vor allen Dingen, wenn es bedeutet, dass man damit sogar noch ein erkleckliches Sümmchen verdienen kann. Auch das Mädchen vom Kanal Miss O hat ein Video hochgeladen, das als Beweis gelten soll, dass sie sich einmal richtig aufgedonnert habe. Und das Kleid, das sie trägt, ist meines Erachtens nicht alterskonform. Bin ich jetzt der Einzige, dem das irritiert, dass es quasi nur Zuspruch in den Kommentaren gibt? Und wer jetzt meint, naja gut, mag sein, aber das Kleid ist immerhin nicht überaktualisiert. Wäre ja schlimmer, wenn sie sowas wie, weiß ich, Bikini-Try-On-Videos machen würde. Guess what? Sowas bietet sie an. Memorial Day, 4th of July, Target Swim. Was? Ja, war dumm. Also, das Kleid fand ich jetzt nicht so schlimm. Ja, das ist halt ein normales Kleid. Das ist so, wie wenn du einen Jungen in so einen Anzug steckst oder sowas. Aber ich meine, das sei doch nicht dumm. Also, generell YouTube, Bruder, YouTube ist ja eine Plattform, die sind extrem, die sind deswegen so extrem penibel und so picky und sowas mit den ganzen Ads, die sie schalten. Und so viel wird entmonetarisiert, weil sie einfach Angst um ihre Sponsoren haben. Und dann gibt es solche Videos auf der Plattform. Und ich sage nicht so, ja, okay, das wird hochgeladen und das muss direkt down genommen werden und da muss direkt die ganze Zeit jemand aktualisieren. Jedes einzelne Video, was hochgeladen wird und sowas. Die haben so, also YouTube hat so, so, so unfassbar viel Content, der hochgeladen wird. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn ein dunkler Parabelgitter sich als Thema aufnimmt, so, yo, oder er kommt da random in so eine Sparte rein mit Millionen von Klicks, Millionen von Klicks auf diesen ganzen Videos. Und dann klickst du auf zwei, drei Videos, klickst durch und dann bist du bei einer Kinder-Bikini-Try-on-Hall. Das kann dir nicht passieren, dass das, das kann nicht passieren, dass das niemandem auffällt. Vor allem, das wird auch safe gemeldet. Das wird auch safe gemeldet. Oder vielleicht, pass auf, vielleicht ist der YouTube-Algorithmus so gut, dass er checkt, aha, das gefällt Nutzern, die generell nach Kindern suchen, weißt du, was ich meine, und schlägt das dann anderen Leuten vor, die nach Kindern suchen. Das kann ich mir sogar, äh, sogar gut vorstellen, dass das so funktioniert. Also da, also da kann YouTube dann nichts dafür, weil der Algorithmus ist halt einfach so gebaut, dass du quasi den Leuten, die gewisse Interessen haben, das gleiche vorschlägst. Aber da kann man ja sicher irgendwo einen Stockerl reinwerfen und kann sagen, ey, wenn sich das Zahnrad in die Richtung dreht, dann hört die Maschine auf und dann schauen wir uns den Kanal an. Kann mal vorkommen, aber sobald es bei einem Mal bleibt, nein, bleibt es eben nicht. Es gibt halt noch weitere Videos dieser Art. Und hier noch eins. Und wieder eins. Hört das denn gar nicht mehr auf? Nö. Schauen wir mal nicht, denn es klickt. Warum zur Hölle klickt das so? Junge. Irgendwas Gymnastics, Meet, tausend Aufrufe. Warhammer Bikini Swimsuit Triumphal. Vor acht Monaten. Das ist acht Monate halt. Das ist ein, ein Bomben-Kaiser-Video. Das ist ein eins von zehn Video. Eins der besten Videos, die ich posten könnte. Das ist halt solche Aufrufe nach acht Monaten, okay? Und YouTube, das interessiert sie nicht. Naja, dann ist es halt so. Ist ja wurscht. So gut. Was kann das nur zu bedeuten haben, warum ein solches Video solche Views macht? Was denkt ihr? Und denkt ihr, die Eltern verstehen diesen Zusammenhang nicht? Sind sie sich nicht bewusst, was das für Menschen sind, die diese Videos klicken? Was mich am meisten verstört hat, war aber dieses Short hier mit dem Titel Baby to Barbie. Ich meine, der Content der Harrisons und ähnlicher Family Influencer ist ja auch schon eine Katastrophe. Aber das, das grenzt meines Erachtens schon an Kindeswohlgefährdung. Ist man wirklich so blind, dass man nicht kennt, welche Konsequenzen das für sie haben kann? Angefangen. Vor allem, ich denke mir, also jetzt richtig, richtig blant gesagt, okay? Wenn diese Videos monetarisiert wären, dann würde ich wenigstens mit dem Finger drauf zeigen können und sagen können, Aha, ich sehe, warum die Eltern das nicht runternehmen. Weil es gibt ganz einfach Eltern, die sind komplett geisteskrank und die denken sich, na scheiß auf mein Kind, ich nehme das Geld mit. Ich sage euch ehrlich, also selbst mit 200.000 Klicks oder sowas, klar ist das gutes Geld so, aber das ist never ever wert so, weißt du was ich meine? Aber das wird ja wahrscheinlich nicht mal monetarisiert sein. Deswegen, es ist halt, dein Kind wird halt öffentlich zur Schau gestellt, das werden sich safe sehr viele Leute mit der falschen Intention anschauen, plus du wirst kein Geld damit verdienen. Es gibt keinen Grund, das hochzuladen und oben zu lassen. Davon, dass sich Wildfremde im Netz an ihren Körpern aufgeilen können? In den USA ist es wohl schon vermehrt zu solchen Fällen gekommen, wo Eltern Videos ihrer Kinder hochgeladen haben, die sie dann dem Vorwurf der Kindeswohlgefährdung aussetzen. Und auch bei Miss O ist das nicht ausgeschlossen, schließlich sind die Bikini-Try-Ons die Videos mit mehreren hunderttausenden Klicks und auch, dass man ein Video über ein Temu-Haul gemacht hat, könnte diesen Verdacht erhärten. Schlimmer als die Blindheit und die Naivität der Eltern wäre jetzt eine bewusste Kommerzialisierung des Kindes. Und mich beschleicht der Verdacht, dass das der Fall ist. Und dass sowas dann auch mit dem Verbot von Kinderarbeit in Konflikt kommen könnte, scheint nur wenige zu stören, was nicht richtig ist. Es zählt eben unter Kinderarbeit, wenn sogenannte Kidfluencer Geld verdienen. Das Mädchen ist ja selbst das Produkt, wenn man sich die Videos anschaut, die auf ihrem Kanal existieren. Die inhaltliche Stärke kann es jetzt mal nicht sein. Manche Videos auf dem Kanal sind schon vor einigen Jahren erschienen. Ihr ältestes Video ist sogar mehr als sechs Jahre alt. Es muss also bereits seit ihrem Kindergarten und der Grundschulzeit solche Videos mit ihr gegeben haben, wo sie in diversen Situationen gefilmt wird. Etwa wie sie ein Frozen-Joghurt isst. Ich meine, selbst das kann man für problematisch erachten, aber das ist ja sukzessive schlimmer geworden. Das Ganze tut sie übrigens, um auszusehen wie Miranda Sings, die übrigens eine Kunstfigur von Colleen Bollinger ist. Übrigens auch eine... Mit dem legendären Ukulele-Entschuldigungsvideo. ...echt schwierige Person, der ebenfalls diverse Vorwürfe gemacht werden, was Kindesbrauch betrifft. Wenn euch das interessiert, kann ich auch dazu noch was machen. Was wir bei Miss O sehen, könnte Kinderarbeit sein und damit illegal. Es ist aber auch eine Facette eines furchtbaren Trends. Sie ist ein Symptom dafür, dass es nun salonfähig wird, auch die Körper minderjähriger Mädchen auf YouTube prominent in Szene zu... Da habe ich ein Video gesehen... Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Das war bei... Was war bei Drama Queen? Drama Queen. Warte mal. Die ist ein richtig cooler YouTube-Kanal. Die ist ein richtig cooler YouTube-Kanal. Und da gab es ein Video, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, welches das war. Aber das ging um eine Plattform. Ich glaube, das war bei ihr. Es ging um eine Plattform, wo du quasi von Creatoren, wo du dich mit einem Creator direkt connectest, wie so Cameo zum Beispiel. Bei Cameo ist es so, du zahlst einem Creator ein paar Eugen und dann macht der für dich ein Video. So, yo, hallo, grüß dich, Thomas, hab einen schönen Nachmittag. Hab einen schönen Dienstagnachmittag. Und das kaufst du quasi so. Und da kannst du also mit so Creatoren connecten und kannst irgendwie Content von denen kaufen oder so. Und die... Ich weiß halt nicht mehr, wie die Webseite hieß. Aber die Webseite sagt, yo, wir möchten nicht, dass Kinder über... Also, dass Kinder irgendwie sexualisiert werden oder sowas. Deswegen muss mindestens 50% des Contents, äh, darf nicht im Bikini sein. Der Rest darf im Bikini sein. Weil, und das ist die Erklärung, weil ihnen ist bewusst, dass es, ähm, dass es gewisse Orte gibt, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du halt am, 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 am Meer lebst oder so, wo du die meiste Zeit im Bikini herumläufst. Was erstens Bullshit ist und zweitens selbst wenn, also selbst wenn die Kinder dort halt im Bikini herumlaufen, the fuck ist das für eine Regel? Also, so, yo, ja, die Hälfte, das heißt effektiv, so, yo, die Hälfte von all dem Content, den du als Kind hochlädst, darf gerne im Bikini sein. Das ist überhaupt kein Problem. ...zusetzen und das... Es ist so weird. Verbietet's das doch einfach. ... Ganze zu kapitalisieren. Und damit stehen sie dann in einer Reihe, nur einen Klick entfernt von Sexworkern, die Content produzieren, um Kunden zu gewinnen. Jene Leute mit gewissen Neigungen kriegen hier genau das serviert, was ihrer Geschmacksrichtung entspricht. Auf einem Silbertablett. Umsonst. Also der Beufel, fesche Socken, Bruder. Geile Weihnachtssocken, mit Schneemännern. Mit Schneemännern, ganz wichtig. Upsi, hallo, ja, schau mal, Geschmacksrichtung entspricht auf Silbertablett. Mit dem Einverständnis der Eltern und von YouTube. Aber gibt's da nicht YouTube-Guidelines? Was für schlimme Dinge für YouTube-Content passieren und wie viel diese Menschen damit verdienen, die Kindern das antun, ist erst dieses Jahr wieder sehr deutlich in den Fokus der Öffentlichkeit getreten. Das zeigt sich deutlich im Fall der Familienvloggerin Ruby Franke und ihrer Geschäftspartnerin Jodie Hildebrandt, die den mit 2,5 Millionen Followern sehr erfolgreichen Kanal 8 Passengers betrieben haben. Der war dann Januar 2023 plötzlich ohne Angabe von Gründen eingestellt worden. Sie sorgte international für Schlagzeilen, nachdem sie im August diesen Jahres wegen schweren Kindesbrauchs verhaftet wurde. Die Anklagepunkte gegen Frankie und Hildebrandt sind übel. Dazu gehören auch der Vorwurf, dass sie Frankies zwei jüngste Kinder braucht und ausgehungert haben. Ein Vorwurf, der sich seit wenigen Stunden übrigens erhärtet hat. Wollte gerade sagen, ja. Pleads guilty. Da werden wir oder haben uns auch schon ein Video, je nachdem, was ich das Video poste, dazu angeschaut. Frankie hat gestanden. Sie hat gestanden, ihren Kindern bis zur Unterernährung Essen und Trinken verweigert zu haben, als sie stundenlang körperlicher Arbeit ausgesetzt oder aber, wenn sie nicht spurten, sie körperlich gezüchtigt, eingesperrt oder mit Isolation von anderen terrorisiert zu haben. Und wollt ihr wissen, was das Traurigste ist? Dieser Kanal hat Erziehungstipps gegeben. Ist das nicht zynisch? Kritik insbesondere an Frankie war bereits seit 2020 laut geworden. Das habe ich schon ganz vergessen. Also ich habe ja dazu auch ein Video gemacht. Ja, genau, genau, genau. Und das Problem ist, ich mache so viele Videos und ich vergesse dann immer, was ich alles gelesen habe. Also es gab diese Vorwürfe, beziehungsweise Vorwürfe, das hat halt eins der Kinder oder vielleicht auch mehrere Kinder haben das halt so berichtet, dass es so ist. Und das Ding ist halt, es kommt halt immer darauf an, wie alt die Kinder sind. Aber du kriegst es dann im Nachhinein immer mit bei solchen Geschichten, dass teilweise die Kinder, die checken ja auch gar nicht, dass das nicht normal ist. Weißt du, was ich meine? Und die checken auch nicht, dass das irgendwie gegen ihre Würde oder Rechte oder was auch immer halt verstößt. Du kannst es halt einfach nicht machen. Du kannst nicht als Bestrafung oder als, weiß nicht, weil das Kind am Arsch geht, im Keller anketten oder halt so mit Handschellen oder sowas und dann nichts zu trinken geben oder nichts zu essen geben und so. Das ist so Wahnsinn, Alter. Scorpius Chaos. Also dieses Video, Bruder, dieses Video, wir haben das angeklickt, ich hatte keine Ahnung, worum es geht. Und das ist von, ah, ein bisschen blöd zu, ah, sehr, sehr schlimm und, ah, noch viel schlimmer geworden. Was wirklich so hinter den Kulissen abging, wurde der Öffentlichkeit erst bekannt, nachdem Frankys zwölfjähriger Sohn durch ein Fenster aus dem Haus und zu den Nachbarn geflohen war. Überlegt euch diese Geschichte. Dort hat er dann abgemagert und verletzt nach Wasser gefragt und dass der Nachbar die Polizei ruft. Seitdem begann die juristische Aufarbeitung des Falls, die voraussichtlich mit dem Urteilsspruch am 20. Februar 2024 beendet wird. Ich würde allein schon, ich würde mir allein schon ewig Vorwürfe machen als Nachbar, dass ich das nicht irgendwie mitbekommen habe. Auch wenn du es nicht mitbekommen kannst. So, auch wenn die, die, die Videos dazu, äh, dazu hast du noch ein Video gemacht. Ja, ja, safe. Aber das, 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 das kommt, das, das kommt und geht. Ich habe ein Schatzgedächtnis. Ähm, ja, also da, weißt du? Dass sich hier teilweise Mütter gegen das Wohl ihrer eigenen Kinder entscheiden, das sehen wir an diesen Beispielen. YouTube kann dagegen nichts unternehmen, aber YouTube kann dafür sorgen, dass beispielsweise diese Form von Inhalten auf dieser Plattform nicht stattfindet. Hier sollte frühzeitig ein Riegel vorgeschoben werden, damit YouTube auch weiterhin eine familienfreundliche Social Media Plattform sein kann. Also, hä, so weit es geht. Oder sagen wir so familienfreundlich wie möglich. Am allerproblematischsten finde ich, dass diese Phänomene Seite an Seite für alle zugänglich sind und auch in einem ähnlichen Kontext konsumiert werden. Junge, die hat ja richtig hochzogen hier. Seite an Seite für alle zugänglich sind und auch in... Hier. Was sieht man da? ...einem ähnlichen Kontext konsumiert werden. Ich habe jetzt mal einen kurzen Blick. ...ein und auch in einem ähnlichen Kontext... Dry and... Was? Dry and wet yellow. Junge, das ist das Dümmste, was ich jemals gesehen habe. Imagine, das ist der Punkt in deinem Leben, oder? Du bist an dem Punkt in deinem Leben. Na gut, ich mache Reactions. Ich mache Reactions, ist auch nicht viel besser. ...konsumiert werden. Sheer Lingerine Hall. What's up, my friends? Er hat das OF-Logo herzensiert. Ich habe gerade gedacht, was hieß denn das, Alter? Ich habe jetzt mal einen kurzen Blick in diesen Abgrund geworfen. Da gibt es noch einiges mehr zu beobachten und zu analysieren. Habt ihr auch solche Dinge entdeckt, wo ihr euch so denkt, wie kann das auf YouTube überhaupt durchgehen? Ihr könnt mir natürlich auch gerne darunter schreiben, falls ihr das für komplett überzogen haltet, was ich jetzt gesagt habe. Ab in die Kommentare. So, und jetzt such bitte nicht nach den Kanälen, die ich hier vorgestellt habe, sondern denk daran, dass du mit... Denk daran, dass du beim dunklen Parabelgitter bei 200.000 Abonnenten 10% auf sein OF bekommst. Junge, ich sage dir ehrlich, also, ich habe kein Problem damit, wenn Leute Content hochladen, mit dem YouTube konform ist. So, aber, also auch selbst, wenn sie bei diesen Try-on-Halls und sowas sagen, so, ja, das ist für uns okay und sowas, dann ist es halt wie bei Twitch. Dann ist halt, yo, es ist dämlich, weil das ist halt gegen eure, oder ich denke, es ist gegen eure Richtlinien. Zumindest ist es auf jeden Fall in der Grauzone. Ähm, aber bei so Sachen wie Kinder oder sowas, ich weiß nicht, wie man da nicht draufkommt. Und ich weiß vor allem nicht, wie man als Elternteil überhaupt, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, die Welt ist so deppert und im Endeffekt, im Endeffekt ist es schön. Weißt du, was er mit dem Video gemacht hat? Er hat einfach nur aufgezeigt, dass es so viele schlimmere Probleme gibt, als das, was du ursprünglich als das schlimmste Problem halt erkennst. Auch wenn das eigentlich keine gute Sache ist.